Die These bezeichnet eine zu beweisende Behauptung oder einen Leitsatz. Die Gegenbehauptung kann eine Antithese sein. Das Begriffsverständnis geht zurück auf die Triadethese, Antithese und Synthese des Philosophen Friedrich Hegel. Definition Eine These ist ein Gedanke oder Satz dessen Wahrheitsinhalt eines Beweises bedarf. Der Verfasser einer These behauptet die Wahrheit. Erste die These nicht haltbar, muss sie verworfen werden. Andernfalls kann an der These festgehalten werden. Eine These ist allgemein aufgefasst eine Aussage, die das Wesentliche aus einem Komplex von Aussagen pragmatisch hervorheben bzw. zur Geltung bringen soll. Wenn eine These falsch ist, kann auch keine Art der Beweisführung sie begründen. Die Beweisführung hängt von der Art der dazu geeigneten Regeln ab. Der Unterschied zwischen einem Theorem und einer These fällt in den pragmatischen Bereich der Lehre von der Aussage. Eine Arbeitsthese ist eine vorläufig aufgestellte These. Der Unterschied zwischen These, Theorem und Theorie soll nun anhand eines Beispiels dargestellt werden. Theorie Die mikroökonomische Theorie beschäftigt sich mit den Entscheidungen von und in Einzelwirtschaften. Theorem Innerhalb des Geltungsbereichs der mikroökonomischen Theorie formulierte Quasi das berühmte Quasi-Theorem. Es beschreibt wie minus unter bestimmten Bedingungen der Theorie die Märkte mit externen Effekten umgehen. These Ein anderer Wissenschaftler möchte nun auch ein gültiges Theorem entwickeln und stellt dazu eine These auf, die er aber erst noch beweisen muss. Wenn selbst die These an sich schon wissenschaftlich strittig ist bzw. auf strittigen Grundannahmen aufbaut, bildet er zunächst nur eine sogenannte Arbeitshypothese. Geschichte des Begriffs Gelegentlich sorgen Thesen für viel Zündstoff wie etwa im Jahre 1517 die 95 Thesen von Martin Luther gegen die Ablasspraxis. Ursprünglich waren diese Thesen als Anlage einem Brief an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg beigefügt. Die 95 Thesen sind im Stil von Disputationsthesen formuliert, wie sie zu dieser Zeit bei akademischen Promotionen üblich waren, und wurden in Latein geschrieben. Die Veröffentlichung von Luthers 95 Thesen war eines der bedeutendsten Ereignisse in der frühen Neuzeit mit einer unvorhersehbaren Langzeitwirkung. Von Historikern wird die Veröffentlichung dieser Thesen als Auslöser der Reformation in Deutschland betrachtet. Zusammen mit Antithese und Synthese bildet die These den dialektischen Dreischritt. Dieses Begriffsverständnis gehört zu den Grundzügen in der Philosophie Friedrich Hegels und geht auf die Dialektik in der Antike zurück. Vereinfacht kann Dialektik als ein Diskurs beschrieben werden, in dem einer These eine Antithese gegenübergestellt wird. Woraus sich eine Lösung oder ein neues Verständnis als Synthese ergibt. Wissenschaftliche Thesen In der Wissenschaftstheorie ist eine Form der These die Hypothese. Eine wissenschaftliche These ist keinem speziellen Regelwerk unterworfen. Um in den Naturwissenschaften die Akzeptanz einer These im wissenschaftlichen Umfeld zu erhöhen, sollte eine These ein klares und genau definiertes Urteil sein, falsifizierbar sein, während ihrer Darstellung identisch bleiben. Keine anderen akzeptierten These widersprechen, keine andere akzeptierte These einschränken, keinen logischen Widerspruch enthalten, durch nachprüfbare Tatsachen belegt sein, kein evidentes Urteil sein. Ein Beispiel ist die Ableitung der Kepler-Scheng-Gesetze der Planetenbahnen aus der Newton'schen Theorie der Bewegungen. These als Begriff in anderen Sprachen In Frankreich bezeichnet These auch die Dissertation ähnlich wie Theses im angelsächsischen Sprachraum. Siehe auch Abduktion Deduktion Fehler 1 Art und Fehler 2 Art Fehlschluss Hypothese Induktion Rhetorik Statistik Thesenpapier Felt Tego Rhetorik